Moin Leute, nach dem wirklich schwachen Auftritt gegen den VfB Stuttgart, ein paar Spiele abgewartet und man darf festhalten, am Ende des Tages gehen wir da mit drei Ergebnissen raus, die nicht zwingend zu erwarten waren, wo man auf jeden Fall beim Blick auf die reihen Ergebnisse auch sagen kann, das sind schon gute Ergebnisse für uns gewesen. Sieg gegen Augsburg, Punkt in Gladbach, der zweite allerdings auch erst auswärts, aber immerhin Punkt geholt und jetzt dann zuletzt auch nochmal der Punkt gegen RB Leipzig, sicherlich auch ein Spiel, wo wir der ganz klare Underdog waren im Vergleich zu den beiden Spielen davor. Drei Spiele, die aber auch alle für sich allein stehen, eine andere Geschichte schreiben. Der Rode Faden ist eher die gezwungenermaßen große Umstellungsflut in der Defensive, da ist halt eben einfach viel passiert, da sind halt immer mal wieder verletzungsbedingt Leute weggebrochen. Aber lassen wir die Spiele einfach mal so ein bisschen Revue passieren. Also wir kamen wirklich aus einer schwachen Phase heraus, das muss man eben einfach sagen und ich muss auch sagen, dass ich nicht gedacht hätte, dass wir fünf Punkte aus den Spielen gegen Augsburg, Gladbach und Leipzig dann holen werden. Wobei man auch wirklich dann, wenn man mit dem Augsburg-Spiel anfängt, auch sagen muss, ja, meiner Meinung nach waren wir spielerisch die bestimmende Mannschaft, ohne wirklich sehr, sehr zwingend zu sein. Bedeutet halt, wir haben die Augsburger gut vom eigenen 16er weggehalten. Für mich in dem Spiel vor allen Dingen Jens Stay, der absolute Schlüsselspieler, der da gut abgeräumt hat, der wirklich gut auch angeleitet hat, seine Nebenleute Löcher gestopft hat, was eben einfach auch dazu geführt hat, dass die Augsburger, die ja auch jetzt nicht dafür bekannt sind, bei Besitz Fußball zu spielen, auch die Umschaltmomente nicht so hatten, wie sie es gewohnt waren. Und dennoch gab es einen ganz klaren Schlüsselmoment in dem Spiel und zwar beim Paradebock von Zetterer, den muss Tietz eigentlich machen. Also ich glaube, in 19 von 20 Spielen liegen wir dann in der Situation mit 0 zu 1 hinten. Er macht ihnen nicht großes Glück für Werder. In der Folge nutzt Werder dann halt eben die eigenen Chancen und am Ende stand auch unterm Strich ein verdienter Sieg gegen die Augsburger da. Ja, sprich, man hatte sich da schon so ein bisschen rehabilitiert für die Leistungen, die im Spiel davor halt eben einfach so gelaufen ist. Aber man hat jetzt nicht irgendwie ein Feuerwerk gegen Augsburg abgebrannt. Man hatte das wichtige Matchglück eben genau an der Stelle, etc., der in den drei Spielen jetzt nach Stuttgart zwei durchwachsene Spieler hatte. Gegen Augsburg ein eher schwaches Spiel. Gegen die Gladbacher ein Spiel, in dem er auch eingreifen musste, jetzt aber auch nicht unbedingt so die Sicherheit ausstrahlt. Dann aber jetzt zuletzt gegen RB Leipzig. Finde ich eigentlich sein bestes Spiel gemacht. Da ein Spiel gehabt, wo man schon auch sagen kann, hey, da ist zum einen sein fußballerischer Aspekt zum Tragen gekommen. Er hat aber eben auch wirklich gute Angriffe der Leipziger entschärft, war sicher auf der Linie auch. Und nichtsdestotrotz werde ich jetzt hier das nicht entfachen, diese Diskussion zwischen Pavlenka und etc. Werner hat sich da festgelegt, damit müssen wir jetzt ohnehin leben. Ob da das Leistungsprinzip angewandt wurde, das bewerten, glaube ich, im Werder-Kosmos sehr viele Leute sehr unterschiedlich. Ich habe mich da auch schon zu geäußert. Ich sage aber auch ganz klar, im letzten Spiel hat Cedra wirklich eine sehr, sehr gute Leistung abgeliefert in den Spielen davor, seit er die Nummer 1 ist, sehr, sehr hart gewackelt. Mal gucken, was man da bekommt, wenn es jetzt halt irgendwie in die ersten Spiele, beziehungsweise das letzte Hinrundenspiel und die ersten Spiele der Rückrunde geht. Aber wir wollen natürlich nicht das Gladbach-Spiel komplett skippen, denn das hat er auch so ein bisschen seine eigene Geschichte. Da fand ich zum Beispiel, dass wir eigentlich eher recht gut ins Spiel gekommen sind, gute Chancen direkt hatten, 1-0 in Führung gegangen sind, es versäumt haben, das 2-0 nachzulegen. Das war durchaus drin gegen die Gladbacher und dann kam wieder dieser Bruch ins Spiel. Teilweise manchmal auch komplett unerklärlich, das Spiel komplett abgegeben. Das war also eine Sache, die mir nicht so gut gefallen hat. Ist dann auch irgendwann mit 1-2 in Rückstand geraten und musste sich dann wieder rankämpfen. Dabei finde ich, dass es in dem Spiel konkret besser wurde, als Sennelinin endlich mal reinkommen durfte, der auch irgendwie für mich irgendwie so ein hartes Schicksal hat unter Werner, weil meiner Meinung nach müsste er ganz, ganz klar Stamm spielen statt Bittencourt, wo ich die kämpferische Komponente verstehe. Aber spielerisch ist es halt eben schwächer, meiner Meinung nach, ganz klar. Und gerade gegen die Gladbacher hat man das 4 gesehen. Man hat vor allen Dingen, nachdem man das Mittelfeld in der 2. Hälfte komplett verloren hatte und auch schon zum Ende der 1. Hälfte, dann wieder so ein bisschen Fahrt aufgenommen, mehr Kontrolle reingekriegt, wieder wichtigere Zweikämpfe gewonnen. Hat auch immer wieder so ein bisschen was wie Ballsicherheit, ein paar Sicherheitspässe, darüber auch Sicherheit dann generiert. Und das war dann irgendwie so ein Spiel, das dann wieder gekippt ist in die Bremer Richtung. Gott sei Dank dann auch mit dem Ausgleich. Ich glaube, unterm Strich war das auch ein verdientes 2 zu 2. Aber auch wieder so doof, dass in so einem Spiel ausfällt es wieder 2 Tore, nicht zu mehr als einem Punkt reichen, weil wir an anderen Stellen eben einfach wieder hart gepennt haben. Und das ärgert mich tierisch. Dann kam das Spiel gegen die Leipziger, wo wir natürlich spielerisch anfangs unterlegen waren. Das war, glaube ich, nicht anders zu erwarten. Werner hat da so ein bisschen überrascht mit einer Formation, die mehr in das Richtung 3-4-3 ging. Auch zwei Offensive außen gebracht. Mit Bore, der eine Seite beackert hat und Nginma die andere Seite. Übrigens Bore für mich auch im Spiel davor gegen die Gladbacher. Vielleicht sein bestes Bremer Spiel gemacht. Also nicht nur wegen des Tores, sondern wirklich auch, weil er da eine gute Übersicht hatte. Ein guter Zielspieler auch war. Gut Doppelpässe gesucht hat, sich fallen lassen hat, Bälle weiter verteilt hat, hat er da meiner Meinung nach sehr, sehr gut gemacht. Hat er es dann auch gegen die Leipziger reingebracht. Also wie gesagt, Werder braucht ein bisschen. Im 9-3-4-3 ist nicht so rollend ins Spiel gekommen, wie ich finde. Hat er aber dann so eine Phase, in der man plötzlich so 5-10 Minuten die Leipziger komplett festgenagelt hat. Fast schon in dem eigenen 16er. Sehr, sehr große Chancen hatte. Die größte wahrscheinlich über Jens D, den er machen muss, meines Erachtens. Dann ist man irgendwann mit Beginn der zweiten Hälfte wieder durch so ein blödes Ding in Rückstand geraten. Relativ früh. Klar, Defensive sich nicht gut bewegt. Man hatte vorher den Ballverlust, der auch unnötig war. Dann in der Rückwärtsbewegung. Ein Grosso, der natürlich von der Geschwindigkeit nicht hinterherkommt. Ein Friedl, der sich meiner Meinung nach ohne Ball nicht richtig nach hinten bewegt. Eher trabend in Richtung Raum geht. Als eben auch noch den Gegenspieler zu doppeln. Ich glaube, so hätte man vor allen Dingen in den Nachschüssen das Gegentor verhindern können. Weil Zetti ja den ersten noch hält. Aber am Ende war er dann auch vor allen Dingen chancenlos. Deswegen muss man dann eher den Vorderleuten anlasten. Wir hatten einen überraschenden Starter mit Agu im 3-4-3. Wo ich ganz klar sage, es ist schön, dass er als Option wieder da ist. Und er bringt auch eine Komponente mit, die wer das Spiel gut tun kann. Aber das hat auch lange gedauert, bis sie im Spiel wirklich anwesend war. Und meiner Meinung nach sollte er eigentlich auch hinter dem Mann auf der Seite stehen. Der für mich gut reinkommt seit seinem Wechsel. Ein Spieler ist, der einen überragenden Mehrwert für Werder auch in Richtung Transfers bringen kann. Und auch spielerisch, vor allen Dingen in der Vorwärtsbewegung, eben einfach ein Faktor ist, dass du nicht immer diese Asynchronität mit Weiser hast. Sondern auch auf der linken Seite einen guten. Agu hatte dann so ab Minute 35-40 seine Läufe, die ein bisschen effektiver waren davor. Allerdings auch wieder ein, zwei Situationen. Einen sehr gravierenden Ballverlust, den Jung ausgebügelt hat. Und dann aber auch ein paar Vorwärtsbewegungen, wo er, ja durch den Mann durchgehen wollte, sich natürlich verheddert und nicht weiterkommt. Das wird in der zweiten Hälfte besser. Insgesamt ein solider Auftritt. Und es ist schön, dass er als Ergänzungsspieler und Variante da ist. Trotzdem habe ich nicht ganz verstanden, warum Deman dafür wieder runtergeholt wurde. Oder am Ende, hey, 1-1 unterm Strich. Das gibt natürlich dem Trainer recht. Aber in dem Spiel hatten wir auch großes Matchglück. Gerade bei den Aluminium-Treffern der Leipziger früh im Spiel. Auch in der zweiten Halbzeit war einer dabei. Also natürlich hatten wir diese Phase, in der wir in Führung gehen müssen. In dieser Phase, wo es 0-0 steht mit der Fülle der Chancen und der Qualität der Chancen. Aber davor hätten wir natürlich auch mit anderem Matchverlauf schon deutlich hinten liegen können. Auch die Expected Goals. Über zwei bei den Leipzigern nach 90, unter eins bei uns. Über 90 Minuten gesehen waren wir aggressiv, wie ich finde. Und kämpferisch da. Das ist auf jeden Fall ein Step nach vorne in die richtige Richtung wieder gewesen. Aber am Ende müssen wir auch mit diesem Punkt und können wir auch mit diesem Punkt gegen RB Leipzig, gegen eine gute Leipzigermannschaft in dieser Saison zufrieden sein. Ein Spieler, den ich noch rauspicken will, ist Anthony Jung. Jung, weil der immer so viel Lack gekriegt hat. Vor allen Dingen, wenn er auf der linken Seite gespielt hat. Teilweise zurecht, teilweise deutlich überzogen. Ich finde als Innenverteidiger im Prinzip die letzten Wochen die verlässliche Konstante gewesen. Da trifft es mal schon ganz gut. Also sehr ich die Fritz-Interviews in letzter Zeit auch für viel Quacksalberei halte. Dieses Ding. Du weißt, was du kriegst und was er kann und was er nicht kann. Und es gibt halt eben nicht diese Ausreißer nach oben und unten, was er über Anthony Jung gesagt hat. Das ist eigentlich genau so. Er ist in der Innenverteidigung, finde ich, fast schon Gold wert. Ist wirklich sehr, sehr effektiv in den Zweikämpfen. Gut in den Zweikämpfen. Bewegt sich gut im Raum. Hat da ein gutes Stellungspositionenspiel. Räumt viel ab. Öffnet das Spiel sogar teilweise halbwegs gut über die linke Seite. Und das gefällt mir eigentlich ehrlicherweise ganz gut. Und ich finde fast schon, dass er im Moment der gesetzteste Innenverteidiger irgendwie ist. Weil er aktuell der ist, der die wenigsten Leistungsabfälle hat. Ihr seht, es waren, wie ich finde, drei ganz unterschiedliche Spieler. Auch mal mit einem neuen System. Das vor allen Dingen auch Nginma integrieren konnte als Starter. Vor allen Dingen auch in einer Rolle, wo er auch als Starter passt. Denn ich finde, er war auf jeden Fall gegen die Leipziger ein Faktor mit seiner Geschwindigkeit. Hat Raum vor ganz, ganz große Probleme gestellt. Und man hat eben einfach gesehen, moderner Fußball geht eben nicht ohne Geschwindigkeit. Und die hat Werder eben nicht in so vielen Spielern und in denen, wo man sie hat. Da muss man halt auch eben versuchen, das effektiv und sinnvoll für das eigene Team einzubringen. Das ist hier gegen die Leipziger teilweise gelungen. Hat sich auf jeden Fall beworben für weitere Einsätze nach dieser winterlichen Pause. Also ihr seht, die Spiele waren sehr, sehr unterschiedlich. Ihr seht, ich bin happy über die Ergebnisse. Und das ist auch alles vollkommen gut. Und es sind auch ordentliche und sehr gute Ergebnisse für Werder, die auch in Anbetracht dessen, wie die Konkurrenz gespielt hat, auch nicht unwichtig waren. Aber wir sehen eben auch, oder ich sehe eben auch, es waren durchaus Momente drin in den Spielen, wo sie hätten in die andere Richtung kippen können. Wir machen immer noch viele individuelle Fehler. Wir haben gewisse Dinge verbessert. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass wir in den drei Spielen eine komplett umgekrempelte neue Mannschaft gesehen haben, die jetzt zu neuen Wunderdingen in der Lage ist. Weshalb ich immer noch sehr, sehr skeptisch bleibe bei der Konstellation. Ole Werner, Werder Bremen, unser taktisches Grundgerüst. Aber nicht davon ausgehe, dass wir aktuell was ändern, denn diese fünf Punkte sind natürlich auch ein Statement und ein Argument für Werner gewesen, der in Bremen ohnehin deutlich fester insgesamt mit seiner bisherigen Leistung im Sattel, glaube ich, auch sitzt als bei jedem anderen Verein in der Bundesliga. Es gab ja durchaus auch sehr spektakuläre Trennungen in diesem Jahr schon. Also die Mainzer mit Bo Svensson, jetzt die Kölner mit Baumgart, also auch Leute, die einen großen Bonusfaktor hatten, einen Sympathiefaktor bei den Bases, von denen sich getrennt wurde. Bei Werder ist man den Schritt erstmal noch nicht gegangen, wurde jetzt mit fünf Punkten natürlich dafür belohnt, irgendwie auch bestätigt. Aber man wird natürlich sehen müssen, was passiert ab Spieltag 17. Wird es Entwicklung geben, fallen wir wieder komplett zurück, fallen wir ein, werden wir spielerisch weiterhin nur sehr, sehr limitiert agieren. Ich glaube, viel hängt natürlich auch logischerweise von den Aktivitäten auf dem Transfermarkt ab. Viel hängt davon ab, dass auch vor allen Dingen defensiv ein paar Dauer- bis Langzeitverletzte zurückkehren. Das ist sicherlich ein Problem, was Werner gehabt hat, aber drumherum in anderen Mannschaftsteilen hätte es ja Möglichkeiten meiner Meinung nach gegeben, sich anders, sich besser spielerisch aufzustellen. Das ist jetzt erstmal Stand heute Vergangenheit. Wir werden in die nächsten Spiele gucken müssen. Ich bin wieder sehr gespannt auf eure Meinung. Hat sie sich grundlegend zu Werner geändert? Seid ihr optimistischer nach den Spielen? Seid ihr gleich geblieben nach den Spielen? Wir schnacken darüber in den Kommentaren. Also dann Leute, reingehauen und ciao!